so werte freunde willkommen zu einem weiteren video kirby air ride mal wieder ein city trail diesmal sieben minuten lang und die gegner auf cpu level 5 so jetzt suchen wir nach legendären teilen also es gibt mehrere orte wo die legendären teile sein können das weiß und das sieht man jetzt auf der karte unten auf bild auf der kamera nicht so gut da sollte eine karte die es aufteilt in mehrere bereiche hier unten könnt ihr was sagen ich bin jetzt beim lava da könnte was sein dann könnte ich zeige es einfach ja hier könnt ihr was sein das ist das erdreich und unter den bäumen dann hier oben auf den paletten oder eben man könnte was sein dann hier eben in diesem bereich hier wo die ganzen noch wenn man häuser sein können hier in dem bereich hier in dem bereich ja eigentlich so die ganzen bereiche außen rum kann man sagen also dann suchen mal das da hinten die rote könnte zum beispiel schon was sein es ist aber wahrscheinlich nicht nein das ist nicht okay dann gehen wir mal mit dem teleportation stehen nach oben durch den valkan ich habe dann eine bessere übersicht wo es zum beispiel was sein könnte das könnte was sein nein das ist nicht scheiße immer wieder ein vulkan so wo haben wir jetzt hier was toll toll ja jemand eine bombe gelegt danke ihr idioten lege ich aber eine bombe auch man 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 ich hasse euch wo ist es denn ok scheiß die wand dann will auf das flug objekt so das ist absolut widerlich zum steuern das ding hier so hier bin ich auf dem ufer hier dieses ding in der mitte ist etwas das nennt sich all da werden alle wertig steigert ziemlich cool ah money dieses scheiß teil hatte was ist hier los ich habe nicht vorwärts gehen gehört es ist ein scheiß kahn ich habe vorwärts aber irgendwie rückwärts ok oh nein oh mann alter ich hasse es ich hasse dieses ding was soll das wird sie mich verarschen ja ok ich habe jetzt noch 48 sekunden und es werden immer weniger das wird heute nichts mit den legendären teilen und deswegen kotzt mich das einfach an so dass ich jetzt einfach nur noch auf dem ding hier entlang fahre nein target flight ist einfach mit dem ding in irgendeine zahl fliegen maximale anzahl sind 200 die 100 schließt sich aber immer wieder was ein bisschen widerlich ist aber 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 50 ja ok noch eine runde so jetzt noch mal die 50 wertraum komm fuck ey was ist denn das ich lenke in eine ganz andere richtung na toll ok erst mit 60 punkten ok 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 ok